Für Skifahren und für Skitouren gehen irgendwas, was für mich ganz wichtig ist. Ich habe nie Handschlaufen an meinem Stock dran, weil wenn ich den Stock fest am Handgelenk habe und dann zum Beispiel eine Lawine gekommen, dann würde der Stock mich wie ein Anker die Hand mir runterziehen und ich bin nicht mehr fähig irgendwas zu tun, auch nicht meinen Airbag auszulösen oder sonst irgendwas. Deswegen ist für mich ganz wichtig, Stöcke immer ohne Handschlaufen.